Mit Donner und Reuschel in Bewegung, man sieht es hier, die Goldtobi-Jungs sind schon fleißig am werkeln. Wir sind nach langer Pause endlich wieder hier am Ballingdamm bei Donner und Reuschel in Bewegung und haben so einiges geplant für den 14.04. Absolut, ja. Wir wollen vor allen Dingen mal hinter die Kulissen schauen, wie diese Burschen hier eigentlich trainieren, wenn sie nicht gerade im Rennrodel sitzen. Und da wird es, glaube ich, sehr, sehr spannend und da wird es eine Menge geben, was man einfach auch für sich mal benutzen kann. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben noch eine Überraschung. Also schalten Sie ein am 14.04. Also schalten Sie ein am 14.04.